Ein Wahrzeichen für das 21. Jahrhundert soll sie werden, die Elbphilharmonie. Die Stadt der Kaufleute setzt ganz auf Kultur. Das hat es hier so noch nie gegeben und dieser Wagemut hat seinen Preis. Es ist wohl ein Zufall, aber ausgerechnet Daniel Hope gibt das erste Konzert, denn inzwischen hat man in Hamburg vor allem die Hoffnung, dass alles noch gut wird. Daniel Hope spielt vor der Elbphilharmonie, dabei hätte das Gebäude seit vier Jahren fertig sein sollen. Besichtigung einer Baustelle. Der gläserne Kulturtempel besteht aus einem kleinen Saal. Der öffentlichen Plaza, eine Flaniermeile für jedermann über den Dächern der Stadt und dem Herzstück. Dem großen Konzertsaal, der die Hansestadt in die Liga der besten Musikhäuser der Welt katapultieren soll. Hamburg ganz oben. Doch dass der Preis der Bedeutung so hoch ist, das hat hier niemand erwartet. Fast 800 Millionen Euro sind es inzwischen. Die Hamburger haben sich verrechnet. Der Konzertsaal soll sein Meisterstück werden. Werner Kuhn ist der Bauleiter. Ein bisschen vorsichtig. Also diese Baustelle ist schon eine Ausnahmebaustelle, muss ich wirklich sagen. Ich bin jetzt 30 Jahre als Bauingenieur auf vielen Projekten gewesen, aber sowas Beeindruckendes wie hier habe ich noch nicht bauen dürfen. Das muss ich sagen. Einfach, einmalig und klasse. Völlig losgelöst vom Rest des Gebäudes liegt der Konzertsaal wie ein rohes Ei in seinem Nest. Noch nie wurde eine Philharmonie in ein Hochhaus gebaut, drumherum Wohnungen und ein Hotel. Der Unterbau für das Klangwunder, an dem hier alle arbeiten. Ich muss sagen, das Beeindruckendste für mich ist im Moment die Unterkonstruktion. Und man muss sich vorstellen, dass diese Konstruktion nicht hier vor Ort im Grunde gemessen und gefertigt worden ist, sondern in den letzten drei Jahren im Vorfeld im 3D-Modell geplant worden ist, gefertigt worden ist. Und hier, wie ein überdimensionales Puzzle, nur noch zusammengeschraubt wird. Und bis jetzt, toi toi toi, passt alles. Alles hier ist technisches und planerisches Neuland. Aus diesen Platten wird die sogenannte weiße Haut, das akustische Herz des Konzertsaals. Natürlich ist die Logistik eine Riesenherausforderung. Das sind insgesamt ja circa 10.000 Platten. Jede Platte anders, jede Platte ein Unikat. Und die Platte muss natürlich ihren richtigen Platz hier vor Ort finden. Viele Dinge, die wir hier bauen, die gibt es nicht auf dem Markt. Hier müssen Lösungen gefunden werden. Ob das die weiße Haut ist, gibt es auf der ganzen Welt so nicht. Die weiße Haut soll einmal für den perfekten Klang sorgen. Und damit kein Lärm von außen die Ohren der künftigen Konzertbesucher belästigt, liegt der ganze Saal auf Stoßdämpfern. Schon wieder eine Weltpremiere. Es geht letzten Endes darum, einen Körperschall zu vermeiden oder auch Geräusche, die von außen kommen. Als Beispiel, wenn die Queen Mary hier vorbeifährt und im Grunde ihr Horn betätigt, das ist schon gewaltig laut. Und das ist das Ziel. Das soll man später nicht im Gebäude hören. Der Sound der Hafencity, er soll draußen bleiben. Ilka und Jürgen Bock sind auch deswegen hierher gezogen in die Nachbarschaft, der Elbphilharmonie. Der Blick ist hier natürlich fantastisch. Wenn dann ein großes Schiff wie die Queen Mary hier gerade reinkommt und dann rechts die Elbphilharmonie und hier direkt davor die Queen Mary. Also das sind schon Momente, die haben was. Die beiden haben die Philharmonie und die Probleme wachsen sehen. Immer höhere Kosten, immer mehr Streit zwischen Stadt, Baukonzern und Architekt. Sogar die Angst vor einer Bauruine ging um. An die Kosten denke ich auch schon. Aber irgendwie jetzt läuft das Ding und es muss jetzt fertiggestellt werden. Und da muss man eben in den sauren Apfel beißen. So ist das halt. Man kann ja jetzt nicht mittendrin aufhören und sagen, das ist uns zu teuer geworden. Lass man. Der Kreditpunkt oder der Ansatz, an dem ich kritisiere, ist eigentlich die Mischung zwischen hoheitlicher Tätigkeit und Privatwirtschaft. Man hätte das einem Unternehmer übertragen müssen mit einem Festpreis und einer Fertigstellungsgarantie. Aber gerade diese Mischung zwischen der staatlichen Tätigkeit und der Wirtschaft, die hat ja zu dieser Konfrontation geführt und das hat letztlich die Politik zu vertreten. Es ist eine Geschichte von falschen Erwartungen, fehlenden Planungen und folgeschweren Irrtümern. Rückblick. Am 2. April 2007 war die Welt noch in Ordnung. Grundsteinlegung. Die Hansestadt Hamburg versucht sich als Bauherr eines musikalischen Weltwunders. Geplante Eröffnung 2011. Durch dieses Bauwerk und durch die Kultur werden 10.000, 100.000 von Menschen nach Deutschland kommen, die sonst nicht zu uns gekommen wären. Ein Gewinn nicht nur für Hamburg, ich glaube für das ganze Land. Ein alter Kai-Speicher ist das Fundament für Hamburgs kulturellen Weltruhm. Früher lagerten hier Kakao, Tee und Tabak. Jetzt soll auf dem Lagerhaus Hamburgs neuer Kulturleuchtturm entstehen. 146 Millionen Euro will die Stadt dafür ausgeben. Das klang 2007 fast nach Schnäppchen. Auf den ersten Blick zumindest. Also für Hamburg ist es bestimmt ein großer Gewinn. Und ich muss gestehen, ich freue mich schon darauf, hier zu sitzen und Kaffee zu trinken. Das ist also die ganze Zeit schon meine Idee. Und ich hoffe, dass sie wirklich 2010 fertig ist. Am Anfang denkt man natürlich, wenn man so da ein paar Millionen hört und so weiter, das ist doch eine Nummer zu groß. Diese Elbphilharmonie für Hamburg, das wird ein Wahrzeichen. Und sie könnte auch doppelt so teuer werden. In 10, 20 Jahren wird kein Mensch mehr darüber sprechen. Wir haben das mit dem Rathausplatz erlebt, wir haben das mit anderen Sachen erlebt. Die Elbphilharmonie muss kommen und da darf kein Euro, da ist kein Euro verschwendet. Wenn er wüsste. Schon bald mussten die Hamburger erkennen, dass Weltspitze doch viel teurer ist. Nichts war hier fertig durchdacht. Beim ersten Spatenstich fehlten noch unzählige Planungen. Kein normaler Häuslebauer würde so auch nur eine Baugrube ausheben. Noch eine schwerwiegende Fehlkonstruktion. Architektenbüro Herzog de Meuron und der Baukonzern Hochtief hatten jeweils nur einen Vertrag mit dem Bauherrn, der Hansestadt. Normalerweise sprechen Baukonzern und Architekt direkt miteinander, hier nicht. Hamburg immer dazwischen und überfordert. Eine fatale und teure Dreiecksbeziehung. Beim Richtfest drei Jahre später kostet das Konzerthaus die Stadt schon 323 Millionen Euro. Geplante Eröffnung 2013. Ernüchterung. Auf der einen Seite ein wirklich hervorragendes Bauwerk. Gute Architektur und mit einem hohen kulturellen Anspruch. Aber die Kosten sind explodiert. Wenn wir das am Anfang gewusst hätten, auch die Risiken, die damit verbunden wären, würde man vermutlich heute, auch in der jetzigen Finanzlage, die Entscheidung nicht mehr treffen. Damals sah es anders aus. Sah es anders aus? In Hamburg wachsen die Zweifel, ob hier solide kalkuliert wurde oder ob es von vornherein ein politischer Preis war. Die Meinungen in der Stadt gehen immer weiter auseinander. Ich bin aus reinem Hass hier. Wieso? Weil ich dieses Projekt wahnsinnig verabscheuungswürdig finde. Es hat Kosten überschritten, die sind irgendwie unvorstellbar, finde ich. Schön, einfach nur schön. Also über das Geld denke ich nicht nach. Der Richtkranz grüßt ins Land hinaus. Der Bauherr ruft zum frohen Schmaus. Das hätte nicht passieren dürfen. Ein böses Omen. Es wird alles noch teurer. Wer ist schuld? Inzwischen stellt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss diese Frage. Auch die drei Vertragspartner streiten darüber. Keiner will es gewesen sein. Schuld ist ja ein juristischer Begriff, der klar definiert ist. Schuld heißt, dass man entweder vorsätzlich oder fahrlässig Dinge falsch gemacht hat. Vorsätzlich schließe ich aus. Fahrlässig ist man hinterher immer klüger. Also jetzt bin ich seit mehr als 30 Jahren im Beruf. Und so etwas kann ich mit aller Deutlichkeit sagen, habe ich noch nie erlebt. Wir arbeiten aktiv daran, das Projekt vernünftig zu Ende zu führen. Und auch, wenn es geht, neu zu ordnen, sodass es nicht in einem Streit endet. Doch tatsächlich ist der Streit noch lange nicht zu Ende. Im Gegenteil. Von einer Verständigung ist man so weit entfernt wie noch nie. 2011, ein neuer Bürgermeister und Bauherr im Hamburger Rathaus. Ich schwöre es. Olaf Scholz sucht die Kraftprobe und legt sich mit Hochtief an. Für ihn ist der Baukonzern der eigentliche Preistreiber. Die Reaktion? Baustopp. Scholz hat sich vorgenommen, nicht noch mehr zu zahlen. Doch die Kalkulation von Hochtief sieht ganz anders aus. Für das bisher bewilligte Geld sei das Konzerthaus einfach nicht machbar. Die Eröffnung verzögert sich weiter. Ausgerechnet eine Art Totengesang bringt 2012 später zum ersten Mal musikalisches Leben in die stillgelegte Baustelle. Als der Hamburger Johannes Brahms das deutsche Requiem schrieb, wollte er vor allem Trost spenden. Den haben seine Landsleute inzwischen auch bitter nötig. Denn ein Happy End in Sachen Elbphilharmonie ist nicht in Sicht. Die einstigen Baupartner treffen sich schon vor Gericht. Hamburg überlegt, Hochtief zu kündigen und die Elbphilharmonie in Eigenregie weiterzubauen. Die Stadt arbeitet an einem Plan B ohne den Essener Baukonzern. Diese Drohung schließlich löst die Blockade. Hinter den Kulissen beginnt man wieder miteinander zu reden, dieses Mal auf Chefebene. Die unheilvolle, allesbremsende Dreiecksbeziehung wird aufgelöst. Hamburg zieht sich 2013 als aktiver Bauherr zurück. Hochtief baut alleine weiter zu einem Festpreis, übernimmt alle Risiken, garantiert einen Fertigstellungstermin. Das heißt, noch einmal fast 200 Millionen Euro obendrauf. Eröffnung nun 2017. Es geht mir nicht anders als jedem Einzelnen in dieser Stadt. Und ich sage das nicht so dahin. Ich habe mir die ganze Nacht das Gehirn zermatert, ob es nicht richtiger ist zu sagen, Rache ist Blutwurst. Wir bauen und wenn das 700 Millionen kostet und dann prozessieren wir bis 2025 und gucken, dass wir die klein kriegen. Das wäre ja eine Alternative. Aber so wäre sie dann auch. Also niemand könnte verantwortlich sagen, die andere Entscheidung ist, ohne dieses Risiko, dass wir teurer bauen, dass wir später fertig wählen und dass wir einen Prozess führen, den wir irgendwie in der letzten Instanz in den 20er Jahren zu Ende haben. Zumindest was den Preis für ein Konzerthaus angeht, gehört Hamburg jetzt zur Weltspitze. 575 Millionen Euro zahlt die Stadt an Hochtief. Inklusive der Kosten für die Luxuswohnungen und aller anderen Nebenkosten werden es am Ende einmal 789 Millionen Euro sein. Als die Hanseaten anfingen, von der Elbphilharmonie zu träumen, dachten sie an 77. Dafür geht es jetzt endlich wieder voran. Die Arbeiter kehren zurück. Aileen Weinrich baut die öffentliche Plaza. Hier sollen einmal die Besucher flanieren. Genau wie im Konzertsaal ist nichts von der Stange. Alle Bauteile wie diese riesigen Scheiben müssen Maßanfertigungen sein. Auch deshalb ist alles so teuer. Und zwar sind das drei Dreifachscheiben, die gebogen werden und die haben zum Teil eine Höhe von über 6 Metern und die schwerste Scheibe ist 1,2 Tonnen. Also das ist schon was, nichts Alltägliches. Also das kann auch nicht jede Firma herstellen, so eine gebogene Scheibe. Die Elbphilharmonie soll auch einmal ein Treffpunkt werden. Geschäfte, Restaurant, Café. Die Plaza ist die Nahtstelle zwischen Alt und Neu. Das ist eine Fassade, die verhindert, dass die Plaza offen ist. Also im Grunde genommen nennt man das hier dann das sogenannte Zwischenklima. Also es ist nicht ganz innen, es ist aber auch nicht ganz außen, weil es geschützt ist durch die Glaswände. Und diese gebogene Glasfront wird dort auch gebaut und es muss Hand in Hand laufen, dass eben das Gerüst jetzt runtergenommen wird. Die Scheiben werden gesetzt und das Gerüst wird wieder angeglichen, dass wir dann außen die Decke weiterbauen können. Also mehr geht industriell nicht zu fertigen. Und auch allein vom Manpower her, die einzubauen, ist dann auch schon an der Grenze. Also ich hab's noch nie gebaut in meinem Leben und ich glaub, da gibt's sehr wenige, die das bis dato gebaut haben schon mal. Überhaupt die Scheiben. So eine Fassade ist auch noch nie gebaut worden. Rund 1100 Glaselemente und jedes ist anders. Zwei renommierte Firmen waren gescheitert bei dem Versuch, die Vorgaben der Architekten zu erfüllen. Erst ein Unternehmen in Süddeutschland sah sich der Herkulesaufgabe gewachsen. 20.000 Euro kostet eine einzelne Scheibe, die ganze Fassade fast 22 Millionen. Der horrende Preis hat seinen Grund. Jede Scheibe ist ein Unikat und sie alle müssen viel aushalten können. Die Elbphilharmonie steht mitten im Strom. Oft peitscht der Sturm den Regen an die Scheiben. Windstärke 12. Orkanböen. Stresstest für die Festigkeit. Eine Herausforderung, denn die Scheiben sind gebogen. Stresstest bestanden. Wieder eine Weltpremiere. Ingenieurin Aileen Weinrich feiert diese und andere Premieren. Ich glaube, das Beste ist, wenn man direkt in den Tunnel mal reinguckt. Tunnel ist für die Elbphilharmonie eigentlich viel zu profan. Die Rolltreppen sind mechanische Einstimmhilfen auf das, was den Konzertbesucher oben erwartet. Tube heißen in anderen Metropolen U-Bahnen. In der Hamburger Philharmonie heißt die Rolltreppe so. Ein sinnlicher Empfang soll es sein, auf dem Weg ganz nach oben zum Konzertantengipfel. Da kann man eben keinen Kran nehmen, sondern das ist alles mit entsprechenden Aufzügen und Manpower einzubringen. Und man sieht hier ganz schön, es ist ein Teil und muss in einem Teil reingeschoben werden. Und das Wichtige oder das Schwere an der Sache ist ja, das ist Millimeterarbeit. Weil der Tunnel hat ja eine begrenzte Breite und die Architekten wollen ja rechts und links nicht so einen Spalt haben, der mit irgendeinem Blech überbaut wird. Und von daher ist das wirklich Millimeterarbeit, die zweite jetzt da reinzubringen, ohne rechts und links irgendwas zu beschädigen. Denn selbst die Innenwände der Tube eigneten sich schon als Zankapfel. Risse in der feinen Haut rund um die tonnenschweren Maschinen legten diesen Tal der Baustelle für 32 Monate still. Noch immer kitten Juristen die Zwietracht zwischen Hochtief und den Architekten. Immerhin, das 80 Meter lange Wunderwerk wächst wieder. Vermutlich aber muss die Putzhaut neu entstehen. Risse im Wert von 1,5 Millionen Euro. Tillmann Auer hat echte Luxusprobleme. Der Bauleiter für das Elbphilharmonie-Hotel liegt wohl als einziger im Zeitplan. Wen wundert's? Hier baut Hochtief alleine. Doch was nützt es? Hotelzimmer fertig, Eröffnung verschoben auf 2017. Jetzt brauchen sie hier sogar jemanden, der die Wasserleitungen bei Laune hält. Wenn die dann befüllt sind, dann muss man natürlich auch so einen Hotelbetrieb schon simulieren. Das heißt, da werden wir dann jemanden durchschicken, der regelmäßig Wasserhähne auf und zu macht, um da eben für den entsprechenden Durchfluss zu sorgen. Es geht also. Ein Hotel ist schnell gebaut. Natürlich nicht irgendein Hotel. Ein Fünf-Sterne-Plus, vielleicht sogar ein Sechs-Sterne-Bettenhaus soll es werden. Doch hier schwimmt noch lange kein Millionär über der Elbe. Hier genießt noch lange kein Scheich den Blick auf die Hafencity. Das Hotel muss warten, bis die Elbphilharmonie fertig ist. Wir sind hier im 19. Obergeschoss. Wir haben hier oben vier Messer-Netzimmer. Das ist eines davon. Das geht also vom 19. ins 20. Obergeschoss mit so einer innenliegenden Treppe hier. Oben haben wir dann das Badezimmer und das Doppelbett. Und hier unten gibt es, genau, also jedes Zimmer hat auf jeden Fall mindestens einen, so einen Öffnungsflügel in der Fassade. Da eben nochmal so ein bisschen auch Hafengeräusche und sowas reinzulassen, ein bisschen Bezug zum Außen herzustellen. Das Hotel gehört später einmal der Stadt, die verpachtet das Prunkstück. Wem die 45 Luxuswohnungen vorne im Glashaus später mal gehören? Ein diskretes Geheimnis. In jedem Fall bringen die Apartments Geld. Die Adresse Elbphilharmonie dürfte einiges an Wert haben. Etwa alle drei Monate kommt Besuch aus Übersee auf die Baustelle. An diesem Mann hängen alle Hoffnungen, denn er hat die weiße Haut entwickelt, die für den perfekten Klang im Konzertsaal sorgen soll. Der Japaner Yasuhisa Toyota ist einer der besten Akustiker der Welt. Viele sagen, der beste. Toyota hat schon überall Musikhäuser gebaut. In Tokio, St. Petersburg oder Los Angeles. Ohne weiße Haut, versteht sich. Dass sich Bauten aber so verzögern können, kennt er. Das überrascht mich nicht. Wie viele Jahre sind es jetzt? Zehn statt vier Jahre? Für die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles brauchten sie am Ende mehr als 14 Jahre. So ist das oft. Zehntausend Gipskartonplatten werden hier einmal verbaut sein. Von den vielen Herausforderungen auf der Elbphilharmonie ist die Akustik wohl die größte. Toyota hat Weltklasse versprochen, nun muss er liefern. Die Elbphilharmonie soll schließlich einmal zu den Top Ten gehören. Auf eine Rangfolge will sich der Akustikpapst aber nicht festlegen. Ich bin mir da nicht sicher, welcher Konzertsaal der weltbeste oder zweitbeste sein soll. Ich hoffe natürlich, dass es gelingt, den Hamburger Saal zu einem der Besten zu machen. Das Orchester wird einmal in der Mitte sitzen, etwa die Hälfte der gut 2000 Zuhörer im Rücken. Der Klang aber soll überall gleich sein. 15 Millionen Euro kostet diese einmalige Saalverkleidung, auch viel teurer als ursprünglich kalkuliert. An einem Modell simulierte Toyota die Schallentwicklung. Immer wieder wurde nachjustiert, gemessen und optimiert. Schließlich hatte jede der 10.000 Platten die richtige Struktur, jede ein Einzelstück. Detailarbeit, für Toyota fast ein Traumberuf. Bei mir ist das so eigentlich ganz einfach. Ich liebe Musik, schon immer. Ich habe früh gemerkt, dass ich leider nicht genügend Talent habe, um selbst Musiker zu werden. Also dachte ich mir, mit so einem Beruf bin ich der Musik doch wenigstens nahe. Nun hat er einen Ruf zu verlieren, wenn die weiße Haut nicht hält, was er den Hamburgern versprochen hat. Ich kenne die Erwartungen der Menschen, die sind hoch. Wenn es nicht hinhaut, dann kann ich nur noch eins machen. Bisher ist es immer gut gegangen. Darauf hofft auch er, Christoph Liebensäuter, der Intendant der Elbphilharmonie. Seit acht Jahren hat die Großbaustelle nämlich schon einen Konzertmanager. Doch statt glanzvoller Musikmetropole gibt es bislang nur das Traditionshaus Leishalle. Bei der Eröffnung vor gut 100 Jahren Deutschlands bester Konzertsaal, immerhin. Nun hat Liebensäuter 2017 fest im Blick. Es ist ja das dritte Mal, dass ich eine erste Saison plane. Und ich glaube, man hat auch drei Schüsse frei. Diesmal muss es klappen. Wir hatten ursprünglich für 2010 eine Eröffnung geplant gehabt. Für 2014 haben wir noch so einen halbherzigen Versuch unternommen. Und dann habe ich wohlweislich niemanden mehr irgendein Datum in Aussicht gestellt, bis ich nicht ganz sicher bin, dass es dann klappen wird. Und mittlerweile ist es soweit, seit einigen Monaten bin ich davon überzeugt, dass die Neuordnung des Projektes, die jetzt ein gutes Jahr in Kraft ist, dass die wirklich funktioniert. Dass auch das Zusammenspiel auf der Baustelle der Beteiligten viel konstruktiver ist als vorher. So dass ich mittlerweile fix davon ausgehe, dass dieser Zeitplan jetzt halten wird. Einzelheiten zum Eröffnungsprogramm will der gebürtige Wiener noch nicht verraten, aber sicher ist, ohne großen Namen wird es nicht gehen. Die Erwartungen auch an ihn sind hoch. Er soll die Weltklasse-Künstler nach Hamburg bringen. Bei der Elbphilharmonie ist es so, dass geradezu die Künstler nachfragen, darf ich denn kommen? In der Anfangszeit, also bevor die großen Bauverzögerungen gekommen sind, hat das Telefon geklingelt. Und es haben die besten Orchester der Welt und namhaftesten Künstler oder ihre Agenten angerufen und haben gesagt, bitte, bitte, ich will unbedingt bei euch in der Eröffnungssaison mit dabei sein, nach Möglichkeit gleich bei der Eröffnung. Also dieses Interesse ist jetzt vielleicht einer gewissen Skeptik, was die Zuverlässigkeit von Terminen betrifft, gewichen. Aber die Begeisterung prinzipiell für das Projekt ist geblieben. Begeisterung und Spott zugleich. An einem Ort in Hamburg ist die Elbphilharmonie schon jetzt ein fertiger Publikumsmagnet. Pompös eröffnet, als wäre es schon die Generalprobe für die echte Elbphilharmonie. Dabei wollten die Bastler im Miniatur-Wunderland, der größten Modellbahnschau der Welt, nur mal zeigen, wie leicht es doch ist, so ein architektonisches Weltwunder zu bauen. War es aber nicht. Also wir haben am Anfang gedacht, das ist relativ einfach, so eine Elbphilharmonie zu bauen. Wir kannten sie aus dem Prospekt von außen. Dann haben wir die Pläne bekommen und alter Schwede, da sind keine Ecken drin, keine 90-Grad-Winkel, alles ist rund und irgendwo kompliziert. Also es war für uns auch eine Riesenherausforderung, dieses Gebäude zu bauen. Die Quittung für den architektonischen Höhenflug im Maßstab 1 zu 87, eine doppelt so lange Bauzeit, ein ganzes statt eines halben Jahres und doppelt so hohe Kosten, aber fertig. Ich kann nur sagen, Hut ab, wir haben hier ein Spielzeugmodell genau genommen, zwar hochkarätig gebaut, aber was die da drüben im Original bauen müssen, das möchte ich nicht. Ich habe mir die Baustelle angeguckt, Hut ab. Und ich muss gestehen, wir haben das Dach auch zweimal gebaut. Denn beim ersten Mal hat es auch nicht gepasst und da mussten wir auch nachbessern. Und das haben die Probleme, die da drüben auch gehabt. Und ich sage ganz ehrlich, eine Elbphilharmonie baut man nicht mit links. Wer das einmal in die Hand genommen hat, der weiß, was er damit getan hat. Viel neugieriges Publikum. Schon im Kleinen zeigt sich, welcher Ansturm dem großen Glaspalast zwei Straßen weiter irgendwann mal ins Haus steht, bei jedem Hamburger Wetter. Auch die Anwohner haben sich mit dem kulturellen Prachtbau am Ende der Straße, die passenderweise am Kaiserkai heißt, arrangiert. Die Box leben seit 2007, vis-à-vis. Das Ende der Großbaustelle, es ist in Sicht. Ein Segen für die noch junge Hafencity. Ich warte eigentlich nur, dass sie fertig wird, weil sich dann ja im Leben doch noch einiges ändern wird. Mehr Publikum, Ladenpassage, dann wird es noch belebter werden hier. Und darauf wartet man. Das mit dem Preis, ja gut, hat man so geschluckt und hingenommen. Nun gibt es sogar einen Eröffnungstermin. Am 11. Januar 2017 sollen endlich die ersten Melodien erklingen. So richtig dran glauben können die Box noch nicht. Ich bin auch skeptisch. Wird sich sicherlich noch um einiges verschieben. Das ist ja eine unheimliche Logistik da notwendig. Und dass die Termine erlaufen dann abgestimmt werden. Verschiedene Lieferanten, Hotelanrichtungen. Ob das noch alles noch so klappt. Aber wir warten ab. Wir sind geduldig geworden. Sie sehen eher den Sonnenschein, oder? Ich sehe immer den Sonnenschein, ja. Ich finde das ganz toll. Ich finde auch schön, dass von dem vielen Geld auch nachher was sichtbar bleibt. Es wird ja viel Geld verbrannt und da bleibt nichts von übrig. Und das wird immer stehen oder sehr, sehr lange stehen bleiben. Nach all den Missklängen endlich ein Happy End. Immer mehr Hamburger haben diese Hoffnung. Noch aber ist eines der hoffentlich künftig besten Konzerthäuser der Welt eine Art unvollendete Sinfonie. Die Fassade mag an manchen Tagen alle Planungsprobleme überstrahlen. Das Bauwerk alle Querelen überragen. In einem Punkt ist die Elbphilharmonie schon jetzt einsame Spitze. Sie ist Hamburgs teuerster Baustelle.